hallo leute und willkommen hier bei me apple cat apple hat es mal wieder getan es gibt eine neue beta für ios 13.2 die beta 2 und die schauen wir uns jetzt mal hier gemeinsam an denn es gibt doch einiges über das man sprechen kann erstmal hier kurz die update größe ihr seht allzu groß war das ganze nicht mit 487,8 megabyte relativ überschaubar und ja was den speicher anbetrifft das war mein stand vor dem update mit 74,9 und jetzt muss ich hier ganz aktuell gucken aktuell habe ich 75,2 also 0,3 gigabyte wurden da bei mir noch mal frei geschaufelt fangen wir jetzt direkt mal mit den neuerungen an und eine ganz tolle neuerung die kann ich euch hier zeigen und eigentlich dann doch nicht zeigen die betrifft hier die kamera und zwar die kamera unter ios 13.2 dort kann man jetzt die auflösung ändern also ihr seht ich habe hier oben ja 4k stehen also ich habe hier 4k video auflösung und kann jetzt hier ich kann es eben nicht aus irgendeinem grund hat apple dieses feature dass man hier die auflösung umschalten kann nur für die neuen flagschiff modelle iphone 11 iphone 11 pro und das pro max rausgebracht warum auch immer apple wieso denn wieso kann ich hier bei meinem älteren iphone 7 nicht die auflösung umschalten naja vielleicht kommt das ja noch ist auf jeden fall eine sehr sinnvolle funktion die sie nicht nur den neuesten geräten vorenthalten sollten damit die einfach noch ein klein bisschen besser dastehen wieso blödsinn also bei den neueren elfer geräten kann man jetzt hier ja die auflösung umschalten und da oben steht es daneben aber hier geht es leider noch nicht was dafür auch sehr leicht jetzt geht ist das löschen von apps das zeige ich euch mal hier am beispiel von keine ahnung ich lösche mal hier die google news app da muss man bisher ja immer hier gedrückt halten warten bis das in den wickel modus reingeht und das ist ja nicht mehr so einfach heutzutage oder ich krieg's ja ich krieg's gar nicht mehr den wickel modus rein was ist da los halten 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 so jetzt haben wir den wickel modus den kennt ihr ja alle einmal oben auf das kleine x drücken bei der app wird gelöscht aber ja durch diese einsparung von dem richtigen 3d touch ist das ja nicht mehr so einfach geworden deswegen hat apple sich wohl gedacht mensch damit das nicht zu frustrierend wird ja machen wir jetzt folgendes wir machen hier einen 3d touch auf ein app icon drauf und dann haben wir hier die möglichkeit wo habe ich denn wo habe ich denn wo habe ich denn da die app direkt zu löschen hier kann ich direkt jetzt in dem fall google news löschen erfragt mich dann löschen und weg ist die app das war jetzt ein sehr langes menü darunter das geht natürlich bei den anderen auch da seht ihr das wird einem immer sofort angeboten dann hier entsprechend dann die app noch mal zu löschen also das ist auf jeden fall neu dann hatten wir in der letzten beta jahr so eine ja so einen kleinen text bug gehabt und zwar hier im kontrollzentrum wenn ich jetzt jemand zum beispiel auf die home kit da drauf gehe dann war hier die schrift schwarz gewesen und man hat das sehr sehr schlecht markant schwarz auf dunklem hintergrund das wurde jetzt hier gefixt von apple jetzt sind hier die ganzen schriften die angezeigt werden muss man eben schauen wo hatte ich das noch so gehabt ich weiß gar nicht mehr genau irgendwo war hier auch noch mal sehr deutlich was zu sehen ich habe es vergessen ja hier war das glaube ich auch noch obwohl hier oben ist immer noch schwarz aber zumindest hier unten in der home kit der anzeige da ist alles jetzt wieder so wie das sein soll gut zu erkennen gehen wir mal in die einstellungen rein unter dem punkt siri und suchen dort können wir nämlich jetzt hier den verlauf von siri und der diktierfunktion einfach löschen direkt hier von unserem gerät also verlauf von siri und diktierfunktion direkt löschen und man kann hier noch mal draufklicken da bekommt man noch ein paar infos was denn hier mit den ganzen daten und den eingaben die man gemacht hat alles so angestellt werden kann kann sich jeder gerne mal durchlesen mir ist es gerade ein bisschen zu viel ja es gibt neue emojis freunde ich glaube so um die 50 stück ich werde euch das mal einblenden hier zum beispiel den roboter arm den habe ich hier direkt mal gefunden also da wird man wieder einiges überarbeitet ist aber hier kreuz und quer verstreut deswegen gibt es jetzt hier mal kurz die einblendungen als kleinen überblick und denkt dran wenn ihr diese emojis verschickt an jemanden der nicht die beta 2 hat dann sieht er nur ein fragezeichen also das geht jetzt aktuell nur dort wo auch wirklich hier die beta 2 von ios 13.2 installiert ist was auch noch interessant ist wenn man hier so ein pärchen auswählt wo waren sie denn da haben wir es also hier unten so ein pärchen auswählt dann bekomme ich hier eine auswahl und kann mir hier mein pärchen quasi zusammenstellen wie zum beispiel den jungen mann hier und dann nehmen wir hier die etwas dunklere dame dann kann ich auch die dann verschicken hier oben kann man sehen also da kann man jetzt ganz bunt gemischt seine pärchen dann einstellen das nenne ich doch mal hier politisch korrekt dann gibt es noch mal coole neuigkeiten zu den airpods 3 ich habe ja bereits im letzten video euch gezeigt wie die wahrscheinlich aussehen könnt ihr euch gerne mal anschauen ich verlinke es noch mal hier oben und jetzt gibt es hier da die ja active noise cancelling haben sollen oder wie apple das nennt den focus mode hat hier der entwickler rambo ja eine animation gefunden wie dann wohl dieser focus mode also die active noise cancelling funktion der airpods 3 eingeschaltet wird sieht aus wie ihr kontrollzentrum 3d touch und dann gibt es dann ein extra toggle wo man dann eben hier unten dass dann ein und ausschalten kann diese in active noise cancelling oder focus mode ja einstellung sieht auf jeden fall ich denke ganz gut aus oder ist doch eine ganz praktische methode keine extra app die man dafür braucht sondern hier einfach 3d touch toggle an man hört nichts mehr aus der umgebung hoffentlich und toggle wieder aus und ihr habt wieder den ganz normalen umgebungsgeräusche dann um euch rum finde ich sehr interessant ebenfalls eine kleine neuerung gibt es hier im app switcher wo man ja die ganzen apps dann wirklich im hintergrund löschen kann so eine kleine änderung ist wenn ich hier nach unten ziehe seht ihr wie sich die hintere karte schon so ein bisschen bewegt ja und vor allem man kann die jetzt hier noch schneller löschen also die animationen die wurden hochgeschaltet und ja da sind sie schon alle weg also habt ihr es gesehen super schnelles löschen ist jetzt hier im app switcher möglich und vorher ging das eben durch die animationen klein bisschen langsamer und wie könnte so ein beta video vorüber gehen ohne dass wir über ja das volume hat sprechen also über die lautstärke anzeige denn auch da hat apple noch mal ein bisschen dran geschraubt die verschwindet jetzt nämlich noch schneller als vorher also einblenden zack ausblenden geht immer schneller damit die einfach denke ich mal ja noch weniger störend ist aber wer dann hier noch manuell einschalten will oder dran rum fingern will muss dann eben noch ein bisschen flotter sein außerdem gibt es noch eine änderung hier bei der lautlos anzeige wenn ich jetzt hier auf lautlos einmal umschalte so da seht ihr es die schrift die ist nämlich jetzt nicht mehr rot sondern ganz normal in weiß gehalten dann gibt es hier noch mal ja eine kleine anpassung ist vielleicht ein bisschen komisch aber ich mache mal ein screenshot und ihr achtet mal drauf wie hell der bildschirm ja wird da wird ja ein helles weiß immer angezeigt merkt euch mal wie das aussieht und jetzt mache ich den dark mode einmal an und dann wird auch der screenshot wesentlich dunkler dargestellt also der ist dann nicht mehr so weiß der screen sondern dann doch eher gräulich damit man ja eben im dunkeln abends dann nicht blind wird wenn man mal einen screenshot abschießt ach und da habe ich doch eben noch was vergessen auch noch mal hier bei den apps 3d touch auf die app machen und dann gibt ja hier die funktion dass man die direkt verschieben kann also dass man das in den wiggle modus bringt ohne hier dieses fummelige draufhalten klappt nicht zu machen sondern einfach hier drauf drücken und das wurde umbenannt jetzt heißt die ganze funktion hier home bildschirm bearbeiten und dann kann man hier seine apps munter kreuz und quer verschieben oder auch nicht was ist jetzt los da habt ihr es gesehen es ist eine beta das funktioniert noch nicht alles so perfekt aber ihr versteht was ich jetzt sagen wollte wissen wir mal rüber zu den widgets und dort ganz nach unten da war in der letzten beta relativ viel verschwendeter platz hier unten das wurde behoben und alles wurde noch mal ein bisschen kompakter zusammengeschoben tja und das waren dann schon die größeren änderungen die mir hier aufgefallen sind aber wir sind ja noch nicht ganz fertig noch nicht abschalten freunde es kommt ja noch der geekbench klar wir wollen wissen wie performt denn die software hier auf dem gerät in meinem fall da oben steht es auf einem iphone 7 und ich habe den laufen lassen man muss sagen ganz schön enttäuschend also das sind die werte 3528 im single core score und 5000 5000 freunde 814 im multi core score ja und wenn wir uns das mal anschauen vor allem hier den multi core score wir sind unter die 6000 gerutscht und zwar das ganz ganz deutlich und ich gehe mal hier ein bisschen in der historie zurück schaut mal unter die 6000 das hatte ich zum letzten mal hier am 18 juli gehabt aber da waren wir nur ganz knapp drunter und wenn ich da noch mal weiter zurück gehe ja bis zum juni also ihr seht da waren sehr viele tests und soweit unter die 6000 sind wir noch nie gerutscht also keine gute performance hier zumindest im geekbench so hier beim täglichen benutzen ist mir jetzt hier kein großer lag oder irgendwie ein stottern oder sowas aufgefallen das ist alles völlig in ordnung soweit aber der multi core der gibt ja so ein bisschen auskunft denn jetzt wirklich hier intensivere apps ausgeführt werden wie größere spiele die dann geladen werden wie gut das ganze dann funktioniert und wie schnell geladen wird und deswegen ist das halt für die high performance wenn richtig gefordert wird also finde ich schon enttäuschend will ich damit mal sagen so freunde und das wäre es dann jetzt wirklich gewesen das waren die infos zur gott habe ich viele screenshots gemacht zu ios 13.2 beta 2 vor allem hier das finde ich interessant dass man schon mal sieht wie hier das ganze mit den airpods gesteuert wird ich hoffe ja ich hoffe ja wirklich dass die vielleicht hier ende oktober ich glaube so für den 29 10 ist da was gemunkelt so ein apple event dass da dann die airpods 3 vorgestellt werden also fände ich echt cool mit active noise cancelling in ihr wünsche ich mir schon lange da gibt es ja die dinger von sony ja die sind ein bisschen groß aber eigentlich auch ziemlich cool aber ich warte mal noch ab bevor ich mir irgendwelche hole was apple hier abliefert so genug gelabert freunde ich mache jetzt mal feierabend für heute ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns beim nächsten mal hier bei mir apple cat macht's gut 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 gut